Der etwas sehr günstige Preis von 25 Franken für diese Kombination aus Computermaus und Skype-Telefon lässt qualitativ sicher nicht sehr viel erwarten. Trotzdem kann man im Design von China Vision einen gewissen Charme nicht absprechen. Das Telefonieren funktioniert per integrierten Lautsprecher oder Kopfhörer. Mit der DVRSP von Digital Cowboy sind relativ unauffällige Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 176x144 Pixel möglich. Zumindest solange sich das allgemeine Rauchverbot noch nicht durchgesetzt hat. Die Minikamera, die im entferntesten an einen Führerzünder erinnert, wird spätestens dann mehr Aufsehen erregen, als er ihm lieb ist. Weniger auffällig ist auf den ersten Blick die Variante in Form einer Gürtelschnalle. Auch der Modaioca Bacaldiviar zeichnet Videos im 3GP-Format mit der gleichen Auflösung auf der SD-Karte auf. Die Vorrenkungen, die es hier aber braucht, um ein Motiv im Wild zu behalten, verleitet bestimmt irgendjemand dazu, eine relativ unauffällige Zigarette anzuzünden. Das aufs Minimum reduzierte Handy soll für Menschen auf Reise mit Gesprächsguthaben von 60, 100 oder 200 Minuten am Reiseziel erhältlich sein und so Roaming-Gebühren verhindern. Eine SIM-Karte wird nicht benötigt. Ob sich dieses System aber gegen Miethandys unter der Miet-SIM-Karte durchsetzt, halte ich eher für fraglich. Um in allen von unseren über 180'000 Hotels zu übernachten, müssten Sie 493 Jahre, 1 Monat und 3 Wochen Ferien haben. Sie können natürlich auch nur eine Nacht in einem Hotel anklicken. Hotel.ch – einfach günstiger buchen. Untertitelung des ZDF, 2020